Meine Taschenlampe habe ich so gut wie aufgebaut gehabt. Also was soll ich jetzt drücken? Nicht das Licht ausmachen. Alles macht das Licht aus. Ja deswegen ja, mach es nicht aus. Aber Markus hat auch irgendwas gesagt und vor der Schnitttür aufgeht. Die Tür auf? Hier warte, wenn du an dem Ding anstehen willst, hier ist ein walkie-talkie und dann kann der Kredi ja dem Markus was geben. Ich hatte nicht mehr genug Platz. Okay. Doch, doch, ich hab noch. Was hast du denn alles dabei? Du kannst viel Plätze belegen. Ja, ich hab Sachen gefunden. Geil. Sie findet einfach Sachen. Hat jemand von euch gesehen, wie eine Tür auf oder zu mit hat, wenn sie da vom Haus aufbauen? Vom Terminal kann das Exzess sein. Ja, die Türen gehen tatsächlich auf. Tanja, hörst du mich? Tanja? Ja? Die Türen gehen tatsächlich auf. Könntest du die bitte jetzt das Licht auslassen, sonst bin ich eingesperrt? Ich gucke mich auf das Licht. Dann lass ich mich auf. Okay. Ja, wo ist denn jetzt bitte irgendwas an der... Wo geht's denn da hin? Egal, erstmal nach dem Müll gucken. Oder da. War ich ja noch nie. Geh mal hier. Geh runter. Das ist ja kassel toll. Ist tatsächlich schwer. Also 5LW-isch für die Taschenlampe. Eigentlich brauchen wir keine Taschenlampe. Zumindest nicht wirklich. Man kann damit halt weit sehen. Das ist vielleicht mal praktisch. Jetzt die Frage, ist dieses Geräusch ein Item? Und halt irgendetwas, was ein Geräusch macht. Jetzt habe ich mich offiziell verlaufen. Warum ist es da so dunkel? Da habe ich mich hart verlaufen. Wo musst du denn? Ich habe Müll gefunden. Oh, endlich. Meine Existenz hat einen Sinn. Hallo, hallo, hallo. Hallo. Wo bist du denn? Ich glaube unter dir. Unter mir? Oder über dir. Ach ja, hier, hallo. Ich habe dir jetzt Hockey-Talki-Tanja gegeben. Das Problem ist, ich habe da hinten in einem Raum, wo ich lang gehen wollte, da wurde es immer dunkler. Und dann... Und es ist ja schon dunkel. Meine Taschenlampe ist wieder. Alles klar. Der wäre cool, wenn man die irgendwie auffüllen könnte. Du hast einen Lenkrad gefunden oder so. Wo kommst du denn her, Kai? Hier ist das Akkassel. Hallo, Tanja. Ja, ich höre dich. Nee, hier ist nichts. Ein Lenkrad. Wir sind hier. Wunderbar, wunderbar. Wollen wir denn abreißen oder wollen wir noch weitergucken? Komm, hast du es gehört? Nee, ich höre gar nichts. Ich höre nur, dass... Alles klar. Dann kann ich halt gefragt, ob wir jetzt fliegen sollen oder ob wir noch warten sollen. Ja, die sind auch... Also, weitersuchen. Ich habe halt nichts, ne? Ich weiß nicht, wie es bei denen aussieht, aber hier ist auch gefühlt nichts mehr. Bei denen am Schiff ist was. Ein Monster. Ja, aber dann sollen die auf uns warten. Dann sind wir ja sonst safe dead. Okay, ja. Da ist was sehr großes unterm Schiff, sagt die Tanja. Ja, ist ja egal. Wir sollen trotzdem warten. Mir egal, was da ist. Ja, wir sollten es auch gucken und dann bezahlen. Ja, dann gucken wir mal, was da ist. Lieber mal von oben gucken, ne? Ich frage mal, ob da offen ist. Die Tür ist offen bei euch, ne? Markus sagt, es ist gerade relativ spät schon. Ja, wir sind da, wir sind da. Ah, wunderbar. Hallo? Alle drin? Ja. Jo. Ey, das Einzige, was ich gefunden habe, ist dieses Kacklenkras hier. Immerhin? Oder was immer das ist. Ein irgendein Rast halt. Ja, keine Ahnung. So, und jetzt können wir ja gucken, was wir machen. Denkt dran, eure Walkie-Talkies wieder auszumachen. Ja, vor allem die Taschenlampen. Also, meine ist schon leer, ich habe die mal da hingeworfen. Ja, meine leider auch, weil ich die ja durchgehend, ich wusste nicht, dass man die anhaben kann. Warte mal! Bitte? Ja, was denn? Warte, 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 warte. Gib mal weg, gib mal weg. Ich habe gerade was aufgefunden. Ich habe gerade eine Idee. Ja. Ja! Cool! Die kann man da aufladen. Die Sachen. Kostet das Kusch. Kusch-Item. Ja, macht ja auch Sinn. Also, da wo wir gerade waren, Ist jetzt überflutet, da sollten wir nicht mehr hinfliegen. Wir hatten ja Schuens, da waren wir eben schon mal, da ist nix. Was ist mit March? Ja, die, die alle da unten sind, die kosten extra und zwar richtig viel Geld. Und je weiter man nach unten geht, also Titan zum Beispiel, kostet 700, um überhaupt da hinfliegen zu können. Okay, wie wär's mit... Wow. Er ist immer nur Foggy. Achso, V. Okay, ja, dann fliegen wir zu V, komm. Da waren wir noch nie. Wie kann man eigentlich die Karte sehen? Welche Karte? Woher willst du, wo ihr hinfliegen wollt? Äh, vom Terminal. Wenn du hier Moons eingibst, dann steht da halt, wo man hinfliegen kann. Ich bin dann immer so... Ich bin bei sowas immer so dreist und kuck im Stream. Ach, ich dachte, du könntest das schon irgendwie einsehen. Nope, ich schummel. So, Leute, ich hab ne Taschenlampe. Ich bin zufrieden. Ich hab sogar die Pro Flashlight, ne? Uh. Naja. Ist ja ein neuer Blick. Ja, ist ja egal. Zum Glück wissen wir auch nicht, wo man hin muss. Klar, da aus ist, denke ich, immer gut. Ja, der ist irgendwie sumpf. Da kann man hinten stehen, oder wie? Hast du, ne, du springst nur, oder was? Ja, ich bringe mich dafür. Guck, guck, guck. Ich verstehe dich nicht. Also, wie kann man bestimmt stehen, oder? Ja. Irgendwo muss man auch wieder hochkommen. Was ist das denn? Ja. Hallo? 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 Wo seid ihr? Da ist sie tot. Grab. Ah, jetzt komm ich dran. Ich hatte das Gefühl, hier sollte man nicht sein. Jetzt komm. Hallo? Lebt doch wer? Hallo? Hallo? Haha, das sieht nicht so aus. Jetzt sind wir alle tot, halt. Wir sind doch nur geradeaus rausgegangen. Mann. Was passiert eigentlich, wenn alle sterben? Nee, 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 geht ein bisschen hoch. Ja? Er ruht sich nie aus. Wir werden automatisch sterben. Okay. Thomas, was war's? Man verliert einfach permanent Ausdauer da drin und irgendwann ertrinkt dann einfach. Was ist das denn? Lass uns abhauen. Ja, komm. Hä? Damit die Talia nicht angestirbt. Ich hab einfach nicht Talia hinter mir, Tom, und wenn ich drehe mich um, liegt ja so ein toter Körper im Wasser. Drück mal rechtsklick auf der Maus. Lange. Ah, okay, ja. Kein Schiff mehr. Geil! Da. Jetzt startet das Schiff, Bruder, Tanja. Das war die beste Entscheidung, an diesen Foggy-Planeten zu gehen. Seid ihr alle tot? Ja, ja. Alle tot. Oh, Mann, ey. Ja. Das war natürlich super, direkt ins Wasser gefallen. Ihr bewegt euch alle nicht mehr. Nee, wir sind alle tot, Tanja. Das ist nur gerade ausgegangen. Und alle ins Wasser runter. Ich dachte mir, ja gut, dann ist das halt zum... Falls doch immer noch ein Planeten war, war das, sorry. Ein bisschen unerfolgen gleich. Scheiße. Erdhaft. Erdhaft. Was hat ihr gesagt? Alle sind drei geradeaus gegangen, dann ging es auf einmal richtig schnell runter und dann waren wir alle im Wasser. Leute, wir hatten nichts mehr. Wir werden sterben. Hä, wieso werden wir sterben? Weil wir null Tage haben und nicht genug Zeugen. Ja, wir werden sterben. Nein, nein, nein. Wenn wir nicht losfliegen, kann uns nichts passieren. Das Licht ist das sicher was wert. Also. Also, wir... Ergibt sich... 84. 63 bei mir. Unser Learning ist, wir fliegen nicht mehr zu einem Planeten, wo irgendwas in Klammern dahinter steht. Das ist immer ein Risiko einfach. Also, du meinst, wir schaffen das, sowohl innen auf dem Planeten zu fliegen, und das dann auch noch zu verkaufen. Ne, ne, wir verkaufen das jetzt hier. Aber das reicht nicht. Doch, doch, locker. Nein, nein. Jetzt du das. Ihr habt alles. Ich... Hier. Schon geklingelt. Geil, entspann dich. Nein, nein. Ich will es noch weg. Möchte ich nicht. Schlupke. Ja. Ja, 188 von 130, siehst du mal. Hat gereicht. Wir können jetzt direkt los. Moons. Das heißt, wenn ich auch gestorben wäre, dann wären wir alle auf dem Planeten verreckt. Wahrscheinlich. Und wir haben kein einziges Monster gefunden. So, wir sind ja nicht im Orbit. Sind alle drin? Ja. Die Tür hält aber nicht mehr lang. Naja, ist ja egal. Also, wir fliegen wieder dann zu einem Mond, wo nichts dran ist. Wir können ja jetzt mal dahin fliegen, wo wir gerade waren, damit wir mal herausfinden, was das ist. Ich glaube, das kostet auch noch nichts. Alles darunter kostet, glaube ich, was. Außerdem sind die alle ganz gefährlich. Und Titanen ist halt viel zu teuer. Kost zur Route ist 56. So. Ich guck mal gerade bei den anderen. Oh nein. Die sind alle jetzt cursed. Wir können zum Marsch oder dein. Marsch ist 61. Ja, wir fliegen mal zum März. Fester Monat. Am Firmen. Nicht warten. Ja. Hier ist nix los. Also, richtig easy im Prinzip. Wo sind eigentlich unsere Sachen? Wo ist meine Taschenlampe? Also. Also, ich habe eine. Als die Händel rausgegeben habe. Also, ich habe eine. Ja, die ist weg. Durch den Tod. Toll. Guck mal, so sieht es ja eigentlich aus. Ja, guck. Wir sind einfach alle geradeaus und dann ins Wasser und gestorben. Geschoren. Wie heiß? Okay, ich guck mal, wo wir gestorben sind. Ja. Das ist ja aber auch assi. Man geht hier raus. Und drei Meter weiter rutscht man direkt runter in so einen Sumpf. Ja. Ja, ist ja kacke. Woher soll man das wissen, wenn es so neblig ist? Oh. So, es wird der Bunker uns essen. Ab in den Mund. Manni, Manni, Manni. Ja. Manni, Manni. Weil sie sterbe, ich bring das schon mal zurück. Weil das sie bringt, glaube ich, gut Geld. Hä? Da hat jemand das Horn im Hammerhans geläutet. Alter, das kannst du jetzt keinem erzählen. Ich. Jo. Das Horn im Hammerhans. Du willst du fördern? Ja, das wird man auf jeden Fall bis da drin. Das Ding ist halt, äh, wir müssen Manni machen, Leute. Oder? Ne? Hier 53. Lass das mal als Rückrufsignal verwenden. Bei Krieg der Welten. Ähm. Also nachmittags, abends wird es immer richtig schlimm. Haben wir jetzt so festgestellt mittlerweile. Ah! Bienen. Voll kai. Nyaum. Kann man sich heilen? Nö. Metallsheet, nice. Wichtig. Hier ist wieder Darkness. Darkness of Doom. Guck mal. Guck mal. Hier Kai. Du musst dir mal in den Regalen gucken. Hey, ich hab ein Horn. Guck mal. Geil. Oh, du willst das Spielzeug, ey. Ich hab ein bisschen was ausprobieren willst. Ach so. Ich hab ein bisschen was ausprobieren willst. Ach so. Nun was, Tanja. Tanja wir sind hier. Jaja, ihr seid großartig. Wo wollen die ausmachen? Hier. Ruhe! Nein! Oh Gott, Leute! Wo kann man sich andere Teammates wünschen? Wo haben wir denn das Horn? Ach Gott! Was ist das Ding hier denn? Ja! Juhu! Finger weg! Hallo, ich bin schon viel aufgeregt! Ich stürze ein bisschen in den Luft! Alter, wenn man die Maussensibilität hochstellt, das riecht gut an! Ich stürze ein bisschen in den Luft! Alle da? Ja, ja! Nein! Ist mir egal! Ja! Ja, 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 ja! Das ist krass! Boah! Komm! Lass uns fliegen! Lass uns fliegen! Lass uns fliegen! Nein! Okay! Mach mal! Oder Markus Seelen! Nimm mal das Ding! Spam mal dieses Ton-Geräusch! Also den Linksklick davon! Und dann dreh dich mal ganz schnell im Kreis! Das waren richtig komische Geräusche dann! Ja! Okay! So, Leute! Wir müssen Geld verdienen jetzt! Hier nicht mehr Spaß haben! Hier ist auch ein Ding! Dass man das einfach durchgehend verwenden kann! Eigentlich dürfte das hier im Weltkampf nicht funktionieren! Ja! Das ist krass aber! Das nervt mich auch gar nicht, hör dich! Leute? Ja! Verstehe aber nichts! Verkauft kein Horn mehr! Ja! Das ist super! Und... Eini! Eini! Oh cool! Wollen wir mal verkaufen gehen? Äh, ich kann mal gucken wegen der Cote! 53 Prozent! Okay, da noch nicht! Wo wollen wir denn dann hin? Äh, ich guck mal gerade! Ja, March wieder! Ist der einzige Planet ohne irgendwelche Unterwelt... Also Untergangskatastrophen! Okay, okay! Okay, das heißt, wir können einfach wieder landen! So, Leute! Die Spielzeichen werden hier gelassen! Wir müssen ein neues Loot holen! Oh ja! Das ist schön! Ach, Krue! Ach ja! Und Tanja hatte schon Angst, dass das Spiel zu gruselig wird bestimmt! Was? Nein, warum soll... Nein! Okay, okay, okay! Ich habe nichts gegen gruselend Spiel! Ah, okay! Das ist sehr gut! Wann habe ich denn den Anschein gegeben? Nur weil ich mich ständig erschrecke! Ich weiß es nicht, dass ich mir deswegen Sorgen mache... Ja, bei Devora war das doch so, dass du davor meintest... Ja, hoffentlich ist das nicht zu... ...Glumpskal-lastig oder so! Ja, weil ich mich immer erschrecke! Aber... Ja, klau mir mal einen Schlüssel! Nein, ich mache hier nur zu, damit es hier nicht mehr so... ...nebelig ist! Hier liegt der Schlüssel! Danke! Was soll ich damit? Oh Gott, oh Gott! Oh Gott, oh Gott! Oh Gott, oh Gott! So schnell wieder raus aus der Runde, das kannst du doch keinem erzählen! Nicht aufheben! Ich bin schon wieder der Sohn! Wie geil! Äh, Markus ist jetzt verlaufen oder wie? Hallo, wo ist der denn? Hallo, wo ist der denn? Ah, das sind Landmiene, Markus! Ahaha! Markus hat ein Jetpack oder so, ne? Oder ist das dieses... Ne, das ist ein Atemgerät einfach nur... Oh! Boah! Hallo! Wollen wir gehen? Oder... Wie sieht's aus? Äh, drinnen am Eingang steht was, Sebastian und wer das im Blick hat? Hallo! Ah! Hallo! Hi! Hat jemand ein Walkie Talkie von euch? Nö! Ne, aber der Tom ist tot! Ja, das haben wir gesehen! Die Westen da schon wieder... Oh Mann, äh... Leute... Das Spiel ist schon wieder richtig schlimm! Haha! Das war ein Mentaleinwürfelig! Oh, diese Tröte, ey! Das richtige ADHS-Spielzeug! Ah, perfekt! Deine Redaktion Ich wollte ihn eigentlich auf die Kiste setzen. Achso. Also klar. Irgendeiner von denen muss immer darüber spielen. Kann der da die Kino wieder? Dann jetzt mal rennen. Die Schade ist halt, wenn man jetzt, wenn sie mit sich selber sprechen würde, würde man sie nicht hören, weil sie, ähm, weil sie ja Push the Talk hat halt, ne? Das ist ja jetzt nicht umso lustiger, finde ich. Das ist ja. Das ist immer weiter in die falsche Richtung. Das ist doch nicht. Okay, so gut. Okay. 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 Okay.